Ja, heute reagieren wir auf ein ganz normales Video, die Folge kennt ja jeder, Kajo tötet seine Eltern, also ist eine ganz bekannte, unbearbeitete Folge, die auch so bekannten Kajo immer, Super ATL, auf Super ATL kam. Das wäre ich auch immer nie, also immer, das ist immer so die Frage, da wird man aber immer selber gefickt, ne? Entweder von Finanzamt oder von der Arbeit, ne? Gut morgen, Kajo. Hast du Lust, eine Runde zu ficken? Oh nein, der Wecker hat geklingelt. Ich komme nicht zu spät zur Arbeit. Habe ich nicht schon genug mit Scheiße zu tun? Boah, Alter! Denk ich mir aber auch immer. Also, das hat auch schon öfters meine Chefin zu mir gesagt, habe ich nicht genug schon mit Scheiße zu tun? Da fühle ich mich immer direkt angesprochen, ja, sie haben mich gerufen. Ja, das meine ich auch, ne? Also, das kenne ich. Wir haben alles gegessen, Mama, Mama. Hol, dann könnt ihr euch jetzt die Arschkrause putzen. Adolf Hitler ist jemand, der es übers Herz bringt, alte Sache wegzuwerfen. Bin ich auch ein Hitler? Mama, frag doch einfach nochmal. Bin ich auch ein Hitler? Mama, frag doch einfach nochmal. Du Scheiße. Halt's Maul. Bin ich auch ein Hitler? Mama, Mama, ja. Man, das kann doch nicht sein! Hey, was macht ihr beide denn da? Irgendwann später. Nichts mochte Kajun. Der Teddy. Der muss mitgenommen werden, du. Zuerst will ich zur Schaukel gehen, dann zur Schaukel, und dann... Na dann... BIR! Ein Schloss. Einfach wieder hingelegt! Musik? Kajun hatte noch nie im Parks Musik gehört, und er wollte wissen, woher sie kam. Was ist das? Ich bin mit dem Fisch... Ah, ich bin... Oh, ich bin... Oh, ich bin... Äh... Sieh, sieh mein Umi. Die machen Musik! Kajun war ganz hingerissen von der Musik. Ich liebe Musik! Es ist wunderbar, und erinnert mich an ein Stück, das ich immer auf dem Klavier gespielt habe. So gut kannst du es spielen, ne? Also... Ich möchte so gehen... Es ist ja immer... Kunst liegt im Auge des Betrachters. Es ist genauso wie bei Musik, ne? Also... Es gibt Leute, die sagen so, ja, du kannst halt übelst gut singen. Gerade auch eure Eltern, habt ihr bestimmt schon öfter so gehört, ja, du kannst übelst gut singen. Gut, die denken sich dann meistens, alles klar, ich werde irgendwie gucken, dass ich mein Kind noch abtreiben kann. Ähm... Aber es liegt halt auch im Auge des Betrachters. Irgendwo, irgendwo in der Galaxie... Irgendwo... Vielleicht 3 Milliarden Planeten weiter... Irgendwo wird einer sagen, oh, du kannst singen. Und das meint ihr dann auch ernst, und das ist Kunst, ne? Ja... Irgendwann finde ich schon... Den... Den Typen, der meine Kunst macht. Oma merkte, dass Kaiju immer noch an die Musiker im Park dachte. Er wollte einfach noch mehr Musik hören. Ach ne, bitte nie. Darf ich auch mal? Nein! Ja, ähm... Ganz normale Folge. Also, äh, wie schon gesagt, die kennt jeder, ne? Mit der Folge bin ich aufgewachsen. Ähm... Schöne Musik, schöne Musik und... Ja, äh, gebt euren Traum nie auf. Ähm... Wie schon gesagt, irgendwo werdet ihr jemanden finden. Auf einem anderen Planeten, auf einem fremden Planeten. Oder... Irgendein Tier wird eure Kunst lieben. Äh... Man sagt ja auch, äh, ich hab dich zum Fressen gern. Das liegt auch dann bei der Kunst. Also, wenn dann ein Löwe dann, äh, dein Gemälde anfrisst, äh... Oder dich dann frisst, ne? Weißt du, okay. Ich hab alles richtig gemacht, ne? Ist ein Tipp von mir. Lasst euch nicht runterziehen. Bleibt bei eurer Kunst. Aber... Bitte... Lass mich dann bitte in Ruhe. Ja! Guckt unbedingt das Original an. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video das Original wie immer. Ganz oben in der Videobeschreibung vorliegen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann.